Ja, genau. Jetzt dürfte die Rotation aber stimmen. So, das mache ich jetzt mal aus. Warte auf die nächste Stufe. Dann muss ich auf die nächste Platte warten. Wieder auf einen Rundgang warten. Und ja, ich könnte das wieder mit F5 machen, aber nö. So. Die geschmeidig ignorieren. Ähm... Ja... Das macht nur den an. Okay. Okay. Gut. Irgendwas war noch nicht ganz richtig. Ich habe gerade was auf und zu gehören gehört. Da muss ich mir nochmal angucken. Ah, ich mache mal sicherheitshalber den Federfall neu an. So. Den können wir ausmachen. Das ist ja nicht das Problem. Wenn ich hier drauf trete... Oh. Ich habe gerade nochmal die Kurve gekriegt. da bin ich jetzt nicht langsam gewesen. Warum auch immer. Da war ich zu schnell. Das gibt es doch nicht. Mein Problem ist, ich habe keine Ahnung, was gewisse Druckplatten machen. Ich weiß. Das macht da hinten auf. Ich weiß. so. Das macht auch da drüben aus, das weiß ich gar nicht. Muss ich mal von da aus gucken, ob ich was sehe. Nein, der ist noch an und da war ich wieder einen Intervall zu früh. Nein, das war falsch. Also es war gut, dass ich nicht darüber bin. So. Der Reporter ist aus. Der Reporter ist aus. Das macht da auf. Und ich hätte da wieder warten müssen. Die Watchers haben echt Ideen, wie sie einen in den Wahnsinn treiben. So. Vor allem mit ihren ganzen Falltürparcouren. So. 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 Nee, du bist nur eine rote Wand einfach. Okay. Also ein roter Ziegel in der Wand. So. Nicht da drauf treten, weil Todesfalle. Also Rückportfalle besser gesagt. nicht. So. Und wenn ich hier drauf trete, geht das zu. So. 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 wie ist das schön. So. Wie ist das schön. So. 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 Ausmachen. Auf die nächste Runde warten. Da muss ich hin auf. Diesen. So. Da geht wieder die Todesfalle. Mittlerweile habe ich es begriffen. Was ist mit dir eigentlich? Du bringst mich auch zu Beginn. Also T T P Beginn. Das Gute ist Federpfeufer. Braucht fast nichts mehr. So. Die Rotation hat gestimmt. Jetzt kommen da gleich wieder Gruben. So. Da kommt gleich die Falle. Genau. Da Porter. Dann erstmal umgehen. Der ist zu. Irgendwas ist aufgegangen. Hab ich gehört. Ach, das da ist aufgegangen. Okay. Autsch. Also hier ist glaube ich aufgegangen. viele andere Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht mehr. So. Das ist noch einigermaßen hinzukriegen. Den hätte ich auch eigentlich bis zum nächsten Durchgang ignorieren können, aber ne. So, da ist dann die Porterfalle, wo ich warten muss. Oh, oh. Mist. Vor lauter Panik mit Federvall bin ich untergefallen. Ja, weil da geht da auf. Das ist okay soweit. Das macht den Teleporter aus. Alles mit der Ruhe. Das ist auch nein, das war nicht okay. Wenigstens kann ich zweimal auf die drauf tappen, ohne dass ich unterfalle, weil ich doof bin. Okay. Der Teleporter ist gerade nicht da, wo ich in IME im Weg ist. Das ist okay. Da ausmachen. Nächsten Rotgang abwarten. Falle abwarten. So. der Rundgang ist soweit in Ordnung. Genau, da geht's hier auf. rindert. Ah. Huh. Nein. Nein. Ich höre auf jeden Fall, dass da was. Eine Wand sich schließt. So, kann ich das Ganze ein bisschen beschleunigen.